Hi, ich bin der Julian und ich arbeite für das Festival Medieval bei der Aktion. Was ganz schön ist, was steigert. Ich durfte jetzt eine Woche lang mit der netten Crew hier unterwegs sein und habe hier Sachen erlebt, bin in Wien unterwegs gewesen, ein, zwei Gigs nach Corona und ich bin richtig glücklich und ich grüße auch natürlich das ganze Team von Festival Medieval. Dankeschön für die Chance! Tschüss!